Ariman? Der große böse Gott der Dunkelheit? Was macht er? Töten? Zerstören? Kleine Kinder erschrecken? Wenn ihr es nicht am eigenen Leib erfahren wollt, solltet ihr mir dabei helfen? Ähm, ja. Da wären wir eben schon wieder fast Tops gegangen. Äh, äh, äh. Das ist ja einfach. Gott. Wo ist Ariman? Unter diesem Siegel. Ja, da sollte er auch besser bleiben, wenn das ein dunkler Gott ist. Ähm. Soll ich jetzt irgendwas machen? Ach, komm. Ach, Arschlecken. Komm, das schaffe ich. Das überlebe ich sogar. Danke, dass ihr mir bis hierher geholfen habt. Aber jetzt solltet ihr gehen. Ihr wollt, dass ich einfach so... Delika! Bleibt hier. Ich regel das. Ich will dich nicht wieder verliehen. Vater, nein! Ich flehe dich an! Vater? Jetzt muss ich auch noch gegen den... Äh, euer Angriff war außer Reichweite. Ähm... Ähm... Er hat hier, um einen Konterangriff zu... Ah, verdammt! Ach, komm! Komm! Touché! My friend! Ah, das war der falsche Knopf. Komm! Ey, das hab ich geblockt! Komm her! Du schaffst mich nicht! Solange keine Quick-Time-Events kommen, kann ich das packen. Ja! Aua! Wird auch schwer verletzt. Gott! Du hast es drauf, Opa! Aber ich auch. Nein! Vater, nein! Ähm... Vater! Verschwinden wir hier! Kommt! Oh, oh! Wir brauchen einen besseren Platz. Das war ein besserer Plan. Was war das jetzt? Komm! Das ist so ein bisschen wie Final Fantasy, kann man sagen. Oh! Zack! Schnell weg hier! Wir müssen hier weg! Papa! Wow! Los! Los! Brüll nicht so! Oh! Oh, oh! Was ist das? Ah, wenn man soll sein. Sie waren mit ihm gefangen. Ja, ich glaube, dass hätten Sie sich verstanden. Oh, oh! Das ist überhaupt nicht gut. Das ist sowas von nicht gut. Schon direkt hier irgendwas Böses besprechen. Ah! Aufpassen, wohin man geht. Komm! Komm! Ja, du sollst hier hauen! Komm! Mach was! Ah! Okay, das war eine nicht so gute Kombo. Ich glaube, das nennt man noch Moob-Filter. Komm schon! Du schaffst das! Ah! Raus hier! Aber nichts wie raus hier! Ich will hier nicht mehr sein! Das ist mir unsympathisch. Leck mir, Marsch! Ja! Ja, ich gehe ja weiter. Was ist das für ein Wasser? Uh! Um weiter zu fliegen. Oh Gott! Wo ist hier die Frau? Ich bin das Dunkel! Ich bin dein Ente! Du sollst das Ende des Nichts mit uns hier! Noch mehr Verwandte, die uns umbringen wollen? Oder ist es nur euer Vater, der die Welt zerstören will? Denkt ihr? Denkt ihr, ich habe das gewollt? Also, was tun wir jetzt, wenn uns der große Gott der Dunkelheit nicht zerquetscht, natürlich? Er kann noch nicht entkommen sein. Er kann noch nicht entkommen sein, nicht ganz. Der Tempel muss noch die Kraft haben, ihn zu halten. Aber ich bin mir nicht mehr. Ich bin ein paar. Und ich bin eigentlich von den fruchtbaren Gebieten geschehen. Wenn wir zu ihnen gelangen, können wir Arimans Flucht vielleicht verhindern. Die fruchtbaren was? Dieses Land wurde geschaffen, um Ariman zu binden. Diese Gebiete geben dem Tempel Lebensenergie. Und der Tempel nährt den Baum. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen hier weg? Gut, flieht. Aber ihr werdet nicht weit kommen. Ich war auf dem Heimweg. Mit mehr Gold als man... Ich könnte Wein haben. Frauen, Teppiche, so dick. Jetzt hänge ich hier mit einem zornigen Gott und einer verrückten Frau. Langsam. Welchem dieser Dinge machen wir, was auch immer. Hm. In diesen Bereichen können wir die fruchtbaren Gebiete nicht erreichen. Wir müssen... Wir können sie eh nicht erreichen. Wir müssen zu diesen vier... Dann sehen wir weiter. Wenn ich nur diesen Esel fände. Teppiche, so dick, so dick. Drückt Tabulator um die Welt, Tass... Oder einfach Select. Hm. Ja, warte mal. Wie mache ich das jetzt? So. Drückt A. Ja. Diese Gebiete sind gesperrt. Ihr müsst eine Kraft des Tempels freischalten, um sie erreichen zu können. Ja, das ist schön. Kraftplatten können im Tempel aktiviert werden, sobald Elika genügend Lichtkeime gesammelt hat. Okay. Das sind die. Ihr müsst ein Ziel auswählen. Da hin? Hm. Das sieht mir bodig aus. Gehen wir mal hier hin. Nun, da ihr ein Ziel gewählt habt, könnt ihr die Weltkarte mit... Leckt wieder verlassen. Was jetzt drückt... Angezeichnet. Gehen wir dort lang. Ah. Eine Art Wegweiser. Das ist schön zu wissen. Dicht mal hin. Das war mal ein schöner Baum. Alter Schwede. Was? Ach, das Ding muss immer erst da hinten hinfliegen. Wo ist es? Sagen wir einfach, es ist da hinten. Ah, da ist es ja. Ich wusste, dass ich richtig bin. War ja so klar. Wartet. Ähm. Du weißt, worum ich dich bitte. Wenn dein Wunsch erfüllt ist, dann erfüllen wir meinen. Kann dieser Tag noch schlechter werden? Die Verfluchten. Arimans Auserwählte. Vor tausend Jahren haben sie hier geherrscht. Dieses Ding. Diese Dunkelheit war das. Das war Ariman. Äh, ja. Während des Sprungs. Ja. Dankeschön. So. Ähm. Jump Einlagen. B. 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 Okay. So. Nein. Nein. Um Gottes Willen. Nicht runter. Los. Nicht runter. So. Nein. Ach so. Der geht automatisch hoch. So. Das muss einem auch erstmal gesagt werden. Hehehe. Ja. Bitte nicht so stöhnen. Dankeschön. Ich habe es hier schon schwer genug. Ich muss mich auf meine Arbeit konzentrieren. So. Äh. Zack. Ach so. Darum geht es auch weiter. Ja. Oh Gott. Uah. Vielleicht habe ich mir ein zu fixes Gip. Oh Gott. Das ist auch wieder diese Brühe. Ah. Loll. Komm. Ja. Komm. Verhall. Oder wie du dich immer nennst. Uah. Uah. weiter geht's. So langsam habe ich es raus. laut. Was war das? Es klang nicht sehr nett. Ach so. Nein. Ach komm. Sie könnte achten. Ey. Das ist doch. Habe ich gesagt. Ich habe es raus. Ich meine natürlich. Ich verhasse mich. Diese Zerstörung ist nicht allein das Werk der Dunkelheit. Warum bekomme ich denn das Gefühl, dass es etwas noch Schlimmeres gewesen sein muss? In der letzten Schlacht gegen Ariman wurde die Stadt dem Krieger übergeben. Ich denke, es ist sein Werk. Wer zum Gott, äh, wer zum Teufel meine ich natürlich, ist dieser Krieger. Ich vermute mal, dass er auf dem fruchtbaren Gebiet steht. Ja. Oh nein. Und natürlich kann man nur da hin. So. Ah. Ach, und hierfür. Ich brauche den Pult. Wir sind alle zusammen. So. Wer ist das? Gottverdammt. Welcher Service. Der dreht sich sogar. Oh, oh. Oh, no. Keine ass.